Da waren wir draußen und waren total durcheinander. Das ist richtig und das erkunden wir heute mit euch zusammen. Ist das schön? Oh, 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 oh. Freut ihr euch auch so wie wir? Ich freue mich. Oh, oh. Die Musik gefällt mir schon gar nicht. Ich glaube, wir haben die nächste Mutantenklasse dadurch ausgelöst. Na toll. Ich will ja unbedingt hier rein, weißt du? Ja, das warst du wieder. So, mach mal Lämpchen an hier. Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will ja hier gar nicht hin. So, warte mal, ich muss mal gucken. Genau, für alle, die bis hin später eingeschaltet haben. Anrufe 9. Wir werden ungefähr bis 18 Uhr noch den Kran spielen. Und ab 18 bis 20 Uhr machen wir da noch ein bisschen Planet Crafter. Ich mache mir mal eben ein paar Mullis. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein paar Mullis jetzt. Hast du noch Handgranaten? Handgranaten habe ich auch noch, ja. Also du kannst da meine auch. So, warte mal, wo sind denn jetzt die Mullis hier drin? Ach da, okay. Dann setze ich die mal auf die 6. Schrotti ist auf der 7. Die ist auf der 0. Granaten sind auf der 9. Okay. Wollte ich es nämlich besser im Werfen, weil ich schmeiße da immer daneben keine Ahnung. So, Knarre raus. Nachladen oder nicht? Ne, muss ich nicht. So, jetzt ist die Frage. Wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ich würde wieder mit links anfangen. Ja, ja. Wir halten uns mal links. Wir halten uns mal links. Hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen mit Tauchen und so. Also hier ist nichts gewesen. Das ist ein gut. Unterirdisch. Oh, Munition. Nehmen wir gern. So, da geht es hoch. Na, das ist ein Spaß hier. Ja, bitte. Ja, ich bin da nicht durchgekommen. Was? Voila. Ich komme hier nicht hoch, ich dicke. Oh, ist das mystisch hier. Gruselig trifft es eher. Hier ist ein Ding. Okay. Seile. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh. Wo sind viele Kisten? Hier sind lauter Kisten. Ach, die alle kaputt. Nur Seile, oder? Und Stoff. Oh. Na gut, ich habe ja gerade ein bisschen Stoff verbraucht. Guck nochmal eben hier ein bisschen rum. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ein Durchgang oder so ein Kram. Weil wie gesagt, hier gibt es zwei Artefakte drin. Also hier geht es noch weiter, hier unten. Ja, ich gehe mal kurz hier oben gucken. Hier würde es auch noch hochgehen. Oder so, nee, da sind wir gerade hergekommen, ne? Na, da sind wir gerade hergekommen. Achso, okay, dann da weiter, ja. Ich will da auch nicht mal. Wir müssen... Wo ist das da? Oh, da ist so ein Zeichen, schau mal. Ja. Geht es hier irgendwie hoch? Nee. Was ist das für ein Männchenzeichen hier? Männchenzeichen. Die tanzen. Die wollen Party machen. Ach, die tanzen. Ja dann. Oh Mann. Oh, Babys. Baby-Alarm. Äh, Babys. Ja. Geh weg, Baby. Hier liegt einer in Unterhose. Was? Hier liegt einer in Unterhose. Warum liegt der hier rum? Ich weiß es nicht. Das ist ja lustig. Okay. Boah, ist das alles... Gehst du vor? Ja, ich will erst mich noch mal ganz kurz hier hoch gucken. Hier ist ganz viel Gemansch. Hier ist noch mal Munition, falls du brauchst. 9 Millimeter. Ach, ich glaube, da muss ich jetzt auch noch mal hin. Ja. Boah. Buh, buh, buh. Irgendwo hier oben lag das rum. Fish in? Fish in, jawohl. So, und dann da hinten lang, ne? Woanders finden wir hier aktuell nichts. Geile. Ja, ja. Ja. Das sieht alles so gruselig aus. Ja, nett ist das hier nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, da hinten ist irgendwas sehr viel Goldenes. Und das sieht so aus, als müssten wir da hin. Würden die uns da hin treiben? Hier ist ein Typ. Der ist hier. Aber du hast gesagt, wir halten uns ein bisschen links, ne? Immer links, links, links. Ja. Hier liegen ein paar Sachen rum, die ich mir einstecken kann. Ein Fuß, ein Arm. Ein armer Fuß? Ich hab zu viele Arme. Ne, ich glaub, da müssen wir nicht hin. Ui, ui, ui. Ach, da war einer, okay. Ja, ja, keine Ahnung, wo der herkam. Den hab ich gar nicht gesehen. Geil, ne Ahnung. Komm hier durch. Ja. Okay. Oh, da läuft schon wieder einer. Kommst du, Clown? Hey, ich geh tot jetzt. Komm mit, wir gehen mal hier durch. Immer links, hast du ja gesagt, ne? Immer links, immer links. Ui, 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 ui. Das ist sehr, sehr spannend. Munition. Das nehmen wir immer gern. Hier ist Plitschi Platschi hier unten. Und Batterien. Immer nicht lang, okay. Aber hier, guck mal weiter. Batterien hast du gefunden, Boden? Neben der Munition lagen Batterien. Dann hab ich die wahrscheinlich schon eingesammelt. Okay, bitte was jetzt? Ja, ich bin da. Hier ist ein Klumpen. Mehr auch nicht, oder? Mehr auch nicht. Boah, ist wahrscheinlich wieder so ein Durchgang. Oh, diese blöde Spitzhacke. Ah, hier ist Medizin. Haben wir die? Ja, die hatten wir schon. Da unten geht's doch lang. Nee, kommst nicht durch. Kommst nicht durch, ne? Kommst nicht durch. So, weiter geht's. Da oben rennt einer. Kommt der jetzt oder nicht? Kommst du zu uns? Ja. Ja. Na komm, ich helf dir mal. Oh, der hat mir geholfen. Der hat dir geholfen. Ich hol mir... Kommst du hier wegen Mutantenhaut? Ah, das ist Mutant. Ja. Zwei, drei, eins. Jetzt. Jawohl. Weil ich hab ein bisschen Rüstung verloren, tatsächlich. Ja, ja, ich auch. Warte. Packen wir uns gleich mal ran. So, sehr gut. So, und was ist denn das jetzt hier? Ist hier irgendwas Tolles? Außer dieses ganze Gemansch hier? Nee, ne? Müssen wir irgendwie von oben... ...da ran. Achso, da geht's irgendwo hoch, gell? Ja. Ja, wo der blinde rumrennt. Mensch. Guten Tag. Das ist alles Bubu hier. Ja, ja. Da sind fünf Pongen Material drin. Ja. Mindestens. Oh, das sieht ja nett aus hier. Oh, das ist aber schön. Was wir hier alles... Was wir hier alles abbauen könnten, weißt du? Aber ohne spitzi Hacke. Wann kriegen wir die denn, die spitze Hacke? Naja, die müssen wir halt finden. Achso, das ist auch so ein Bauplan, oder? Nee, das ist tatsächlich ein Objekt. So, und jetzt geht's hier irgendwo hin? Aber wohin, weiß ich noch nicht. Komm. Ich schwimm dir mal hinterher. Auf jeden Fall ist das eine gute Idee. Weil ich kenn mich auch nicht aus, weißt du? Oh, schau mal, hier überall glitzert das. Mhm, 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 mhm. Ei, ei, ei. Hier hängen ein paar Typen. Moin. Oh. Hi. Oh, nee. Oh. So, da wird es... Ich geh mal hier oben gucken. Warte mal. Hier gibt's nischt. Granatskis. Neue Fläschchen, aber da sind wir noch voll. Ja, das war ja ein sinnloses Läppchen. Bin ich auch voll. Renaten. Oh, da ist einer. Spucki. Ah, hier oben geht's auch noch weiter, oder? Oder geht's hier nicht weiter? Ach nee, hier geht's nicht weiter. Egal, stirbst du jetzt? Hey. Was macht ihr da? Ja, ich weiß es noch nicht. Das war ein Mutanti, gell? So richtig weiß ich es noch nicht, ja. Das war ein Mutanti. Ja. Können wir den da zerpflücken? Ja, ja, ja. Ich komme. Warte, das ist aber ganz schwierig. Ja, ja. Hier im Wasser das Messer. Jetzt hätte ich einen Punkt. Ja, ich noch nicht. Wir hatten ganz kurz. Jetzt. Zwei, drei, eins. Jetzt. Jawohl. So. So. Junge, 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 Junge. Wir finden doch nie wieder nach Hause. Wenn die nur so einzeln kommen, weißt du, das ist mir ja wurscht. Okay. Ach, stimmt. Ich habe zwei, drei, eins gesagt, gell? Nicht drei, zwei, eins. So, wir gehen hier runter noch mal gucken. Ich habe es mir auch gerade gedacht, das war falsch. Ich hatte gehofft, ihr habt es nicht gemerkt. So. Und jetzt? Warte mal. Da drüben hoch. Da drüben hoch. Wo bist du? Da. Nee, ja. Also da drüben würde es hochgehen, weitergehen. Babys, warte. Da habe ich was. Habt ihr mal was? Baby-Gulasch. Baby-Gulasch. Oh, da hast du eins übersehen, gell? Ja. Ist es sie? Ich weiß nicht. Ich bin weggegangen. Weiß ich nicht. Na, jetzt auf jeden Fall. Hier geht es nach oben. Ja, dann lass uns mal da hochgehen. Sonst nischt nö. Auf geht's. Hä, hör, 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 hör. Also für die blöde Höhle brauchst du echt einen Lagerplan hier. Also das ist ja wirklich... Ja, vor allem, wir sind ja, als wir reingekommen sind, jetzt einmal links abgebogen. Rechts ging es ja auch noch irgendwo. Ja, ja, ja. Das ist nett. Ist das nicht nett? Das ist ja schön hier. Das ist ganz schön nett. Meine Füße klingen irgendwie komisch, wenn ich hier drauf... Äh, Achtung! Ih, was ist denn das? Ich habe keine Munition mehr. Warum nicht? Ah, wo ist der jetzt hingelaufen? Der ist irgendwo... Hier. Ich sehe nicht mehr. Warte doch nach, du Eierkopf. Ich habe schon. Ich habe ihn schon. Wieso habe ich denn... Warte mal ganz kurz. Ich muss meine Schrottis ändern. Flintenlaufgeschosse machen. Aber ich habe doch nicht so viel Schaden gekriegt, wie ich dachte. So, bist du bereit? So. Ja. Drei, zwei, eins. Jetzt. Aber der hat ein paar Kugeln gefressen, ne? Tja, ich habe auf den eingeschossen wie nix. Sehr gut hast du es gemacht. Aber der ist ganz schön ekelig gewesen. Aber das war jetzt der neue, den hatten wir noch gar nicht. Ne, das war 12 Fingerjobe. Und ich befürchte, genau 12 Fingerjobe. So, hier ist noch einer, der ist ein bisschen verwirrt. Tschüss. So. Ähm. Genau, ich befürchte, den haben wir jetzt freigelassen. Ja, gehe ich von aus. Durch das Öffnen der... Grüß dich. So. Geh mal hier hoch. Gehst du unten lang, oder? Nee, habe ich nicht vor. Gibt es da unten überhaupt noch irgendwas Interessantes? Nö, ne? Ich will nicht da unten lang gehen. Da laufen immer die Bösen rum. Das weißt du doch gar nicht, wenn du nicht unten lang gehst. Okay. Halleluja. 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 Prost. Hallo? Da ist doch Papa hier durch. Da unten ist noch eins. Ach so. Das hat so am Knie gescheuert. Ich habe mich gerade gewundert, ja? Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe. Halten Sie mich fest. Ich rutsche ja selber raus. Verdammt. Nein, der ist nicht süß. Ich will... Hat das denn irgendwann ein Ende? Nein, das geht bis zum Mittel... Also ich bin unten. Ja, ich auch. Nicht hoch. Ei, 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 ei. Okay. Oh, hier ist alles aus Gold. Das ist gültend. Gold, ich brauche Gold. Wo habe ich genug Munition drin? Ich muss noch mal gucken nach meiner Pistolenmunition. Warum, wieso habe ich bei der Schrot eigentlich keine Munition mehr drin? Du musst die ändern in Flintenlaufgeschosse. Aber da musst du halt sehr genau zielen. Und wie kann ich das machen? Nach unten gucken und R drücken, wenn du die Schrotflinte ausgerüstet hast. Was ist denn da für ein Wobbel im Teich? Nach unten gucken und R drücken? Ja. Ach so. Genau. Da musst du aber wie gesagt genau zielen dann noch. So. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier liegen lauter Seine. Da drüben geht es auch noch irgendwo hin anscheinend. Ja. Und da drüben rennt auch noch einer rum. Ein Schmubbelbubbelmann. Da drüben. Da drüben. Jetzt. Holen wir uns die Haut, hä? Wo? Bist du da? Ja, warte, warte. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Oh! Achtung! Ein Riesenbaby. Was ist denn das für ein... Au! Hey, sag mal. Ich glaube, du spinnst, da bist du ja. Okay. Der haut mich immer wieder um. Keine Munition mehr. Das ist ja nur ein fett Klops. Ja. Warum geht der nur auf mich eigentlich, hä? Ist tot. Ich weiß nicht, warum der nur auf dich geht. So, wir könnten den auch auseinanderschlachten. Mhm. Du zählst an. Drei. Oh, scheiße. Jetzt, jetzt. Ach so. Verdammt. Hast du noch was gekriegt? Ja, ja. Das geht noch, solange du das machst, kann ich das noch tun. So, gehen wir doch mal hier hinten gucken, oder? Aber was ist denn das? Das ist ja ein fett Dings Klops. Nee, da sind wir hierher gekommen, ne? Dann sind wir da hinten lang. Nein, nein, wir sind hier noch nicht weiter. Hier geht es noch weiter. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Warte mal, ich muss mal die andere Knarre nehmen. Junge, Junge, Junge. Da hinten rannte noch ein großer Rum, habe ich gerade gesehen. Hast du noch ein Fetti? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, das sah aus wie Fingermann. Das sieht alles nicht sehr nett aus hier. Nee. So, das wäre eine gute Frage, wie weit wir unten sind. Keine Ahnung. Wir sind ja Ewigkeiten gerutscht, ne? Ja. Man verliert ja ein bisschen das Gefühl dafür. Geringfügig, ja. Oh. Aber ich... Oh. Wo haben wir uns Muti-Haut? Muti-Haut. Wo sind wir? Ja. Wo haben wir den... Ach da. Orientierung verloren. Drei, zwei, eins. Jetzt. Junge, Junge. Oh, ich habe tatsächlich eine verloren. Warte mal, ich muss mal wieder eine ausrüsten. Der Fetti hat mich da voll, ne? Ja, ja. Weggefettet. Ich habe noch keine Rüstung verloren, erstaunlicherweise. Oh, hier geht es wieder weiter. Junge, Junge, keine Ahnung, wo wir hier sind. Hier ist auf jeden Fall ein Seil. Das ist schon mal gut. Ah. Aber es geht weiter nach unten. Ja. Warum kann ich das halt auch jetzt? Also es geht, Verena, es geht immer noch weiter nach unten, ne? Es wird auch immer wärmer. Wir nähern uns dem Mittelpunkt der Erde. Ja, ist klar. Und dann kommen wir irgendwo in Australien raus. Ich habe das... Oh. Egal. Hopsche draufgeschossen. Oh, das war sehr gut. Dann kommen noch... Hier kommen noch ganz viele. Warte kurz. Was? Ach ja. Aber dann können wir halt die Haut nicht nehmen, ne? Wenn du sie ein Stück gefetzt. Na und? Hast du doch eh weggeworfen, oder? Ja. Ja? Drei, zwei, eins. Jetzt. Ich glaube, ich werfe auch schon weg. Was habe ich weggeworfen? Ah ne, ich habe noch sammeln. Okay. So, da sind noch mal Babys. Wo habe ich denn die Mollys hingepackt? Ach, warte. Ehe ich den Molli ausgerüstet habe, ist es ja Weihnachten rum. So, wir gehen weiter links, hast du gesagt, ne? Immer links, jawohl. Immer links, immer links. Hat es noch gemacht. Noch mehr Stoff. Weißt du, wenn es hier mal Batterien gäbe oder sowas, aber nö. Ah, vorher gab es doch Batterien. Ja, die haben wir wahrscheinlich schon längst wieder aufgebraucht. Ne. Das war jetzt nicht so der Brüller hier, ne? Ne. Ich habe mir mehr erwartet. So, anscheinend müssen wir hier wieder tauchen. Ja. Warten wir schnell. Ja. Das ist ja auch so ein Astronaut, der Typ. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, weil du immer, weißt du, du hast halt einen Röhrenblick. Du bist ein Mann, du hast einen Röhrenblick. Stimmt. Ich bin so verrührt. Haufst du wieder vor? Ja. Ich muss mal eben gucken, was hier alles rumliegt. Hier liegt lauter Tote liegen hier rum. Und hängen hier rum? Die hängen hier voll ab. Aha. Oh. Gibt es noch weiter? Boah. Es befinden doch aus der Höhle nie wieder raus. Nö. Ich glaube auch nicht. Boah. Vor allen Dingen, wir müssen dann, wenn wir nicht alle Artefaktteile finden, nochmal hier rein, ne? Das ist ja der Spaß. Ja, wir müssen früher oder später sowieso hier nochmal rein, weil wir das ganze Gold abbauen müssen. Ja. Okay. Jetzt ein bisschen kugelt. War kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. So, ich würde aber trotzdem jetzt gerne mal hier drüben erst mal gucken, was das hier ist. Boah. Hier geht es überall noch lang. Okay. Laufen wir mal kurz links weiter hier. Nischt. Nee, hier geht es nicht weiter. Was ist denn so ein Geräusch? Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, hier wird irgendeiner sein, der uns hier beschießen will. Klingt aber eher wie Elektrizität. Dann ist es ein Artefakt. Aber du hörst das schon auch, oder? Hier sind Astronauten. Hier hinten, ja. Hörst du das auch? Hier hinten knallt es, ja. Boah, hier die beten hier alle, oder? Elektrizität. Oh. Oh. Was war das für eine Musik? Oh, ich weiß es doch noch nicht. Ich trau mich daran nicht hin. Oh, das ist ein goldenes Raumschiff. Ein güldetes Räumchen. Da drin ist das Ding. Das Artefaktenteil, mit dem man teleporten kann. Oh, wie kommen wir da rein? Hier muss es doch irgendwo einen Eingang geben. Wahrscheinlich irgendwo am Rand unten, ne? Oh, hier. Hier. Los. Ich gehe voraus. Achtung. Ich habe Angst. Warte mal. Hier ist noch irgendwas. Geh mal kurz zurück. Kann nicht zurück, jetzt. Boah. Oh, was das wieder ist hier. Meile, Meile. Krass. Und das Ding ist halt das Coole. Hier kannst du... Das nehmen wir jetzt? Ja. Hier kannst du diese Splitter reinladen. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Habe ich schon. Achso. Und das müsstest du auch haben, genau. Ich habe es auch. Ja. Genau, das kannst du mit dem Erz laden. Mit dem Abgebauten. Sofern wir mal irgendwann die Spitzhacke bekommen sollten. Und dann kannst du das, wie gesagt, damit laden und alle Gegenstände vergolden. Aber hier muss es noch irgendwo was geben, weil das Blitz immer noch rum. Hast du die Anziehsachen von ihm auch genommen eigentlich? Die Antike Rüstung habe ich auch genommen, ja. Wenn wir uns die mal angucken. Die muss hier irgendwo sein. Vielleicht gebe ich die Virgie oder so. Die Antike Rüstung. Keine Ahnung, wo die ist. Aber wir haben sie auf jeden Fall aufgesammelt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Rüstung tragen kann. Das weiß ich auch nicht. Das werden wir dann sehen. Hier drüben Antike Rüstung, ja. Ist das alles aufregend schon wieder. Und diese Antike Rüstung kann man übrigens auch vergolden. Die ist dann richtig stark. So, weiter geht's. Was, die kannst du auch... Ja, die ist ja schon so gold. Und du kannst auch Knochenrüstung vergolden. Aber wie gesagt, das kannst du erst, wenn du diesen Bauplan gefunden hast. So, irgendwas... Boah. Keine Ahnung. Hier muss es... Wir brauchen auf jeden Fall noch dieses Artefaktteil. Aber was für ein Artefaktteil. Ja, wir brauchen ja Artefakte. Warte mal, hier geht's doch noch hoch. Warum... Ja, ja, ich will bloß kurz hier gucken. Da geht's hoch. Oh, nee, da sind... Ja, gut, da hätten wir ja runtergekommen. Das war, glaube ich, der offizielle Weg. Aber wir konnten es nicht erwarten. Ich kenne uns ja. Ja, bei dem Teil habe ich tatsächlich die ganze Zeit rumgerätselt, wo wir das herkriegen. Aber es hat schon was, oder? So ein goldenes Raumschiff sieht schon geil aus, gell? Muss ich schon sagen. Krass. Aha. Aha. Also, von hier sind wir nicht gekommen, ne? Nee. Das ist ja schon klar. Ich weiß schon. Aber ich hätte halt wirklich gern so ein Artefakt gefunden. Aber wir haben keins gesehen. Aber wir sind auch mit der Höhle noch gar nicht fertig. Nee, ich weiß. Aber ich... Normalerweise, wo es so blitzt und knallert, sind immer Artefakte. Naja, das haben wir doch gerade bekommen, oder? Nee, das war kein Artefakt. Artefakt sind diese Bruchstücke. Das ist nur das Ding, was die Energie sammelt von denen. Ja, ist ganz komisch. Ja. Und diese blöde Spitzhacke, die wäre natürlich noch viel besser. Nein, doch auch. Da weiß ich ungefähr, wo es die gibt. Also, ich kenne die Höhle, wo es die Spitzhacke gibt. Glaube ich. Naja. Mann, ist das alles interessant hier. Okay. Und jetzt? Können wir da weiter hoch. So. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Jawohl, sagt er. Ich habe keinen Punkt, doch jetzt. Junge, 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 Junge. Wir halten uns wieder links, ne? Ja, rechts geht es, glaube ich, sowieso nicht, oder? Nö. Was? Rechts, äh, hier drüben ging es nicht lang. Okay. Rechts war Sackgasse. Saggasse. Ja. Oh, okay. Das sieht mir sehr artefaktisch aus hier. Hinten sind noch ein paar Kisten, warte. Gut, den Draht kannst du wirklich gebrauchen, aber den Rest ist irgendwie komplett für den Eimer. Moin, Jungs. Wie geht's euch? Hängt ihr ein bisschen ab hier, ne? Hier ist wieder ein Seil. Warte mal, dann schauen wir nochmal schnell hier hinten in die Ecke nach. Ja. Ne, hier ist nichts mehr. Ja, dann. Ist ah nichts mehr. Ich hänge irgendwo fest. Boah, sind das wieder Hitpoints heute hier? Oh, oh, oh. Jupp, 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 jupp. Schlappi, 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 schlappi. Ich komme und ich klimm. Äh. Uwa. Guten Tag. Guten Tag. Soll ich wieder vorgehen? Hier hängt eine Wirbelsäule. Uuh. Das ist alles so verwirbelt hier. Was hast du gemacht? Ich war das nicht. Sicher? Ja. Ah. Wieder eine Taucherpulle. Was wollen die uns damit sagen? Dass wir schon wieder tauchen müssen. Du bist breit? Breit. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Alles so schön Gold hier. Mhm. Aber da wären wir schon nochmal hin müssen, befürchte ich fast. Ja, ja. Schade, dass unser Golfwagen keinen Kofferraum hat. Ja. Das wäre cool, ja. Wo man Sachen noch reinladen könnte, weißt du? Mhm. Wo sind wir denn hier gelandet? Sock mal. Uah. Na, kommst du durch? So. Du bist da, jawohl. Tja, wir müssen echt noch einen Haufen Munition finden. Das nutzt nix. Wir verbraten recht viel. Guck mal, hier sitzt einer. Der wartet auf dem Bus wahrscheinlich. Moin, mein Freund. Der hat sich an seinen Glauben geklammert. So, einmal links oder rechts? Nee, weiter geht's da. Oh, oh. Zwei von denen. Okay, einer ist weg. Beide sind weg. Okay. Ähm. Gebst du noch? Ich weiß nicht, der hat noch so komisch rumgezuckt. Komm. Äh, Baby? Oh, noch einer? Nee. Komm her. Spinni, Mann. Wo ist er denn? Okay, ist weg. Kommst du? Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Ich hab immer noch keine Rüstung verloren, ne? Nee, ich jetzt auch nicht. Komm, der nächste. Jawohl. Drei, zwei, eins, jetzt. Hm, ist ja lustig. Und da haben wir noch einen, ja. Oh, der dritte. Okay. Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Njam, njam, njam. Also, wir können schon noch ein bisschen Rüstung verlieren, ne? Weil wir haben ganz schön... Ich trag jetzt zu viel. Was? Ist es so weit? Ja, schauen wir mal, was es denn hier noch gibt in dieser geilen Höhle.